Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firestorm und diese Bobbys halten nicht die Fresse. Das ist Terbe. Ja, auf Firestorm, Capture the Flag, ähm, ja, Battlefield 4, Seconder Salt, wie immer dann übliche halt, ne? Ja, auf Firestorm gab es das auch nicht, auf Battlefield 3, Capture the Flag, aber es gibt es jetzt. Und es soll ja einfach nur geil sein, ich klau mir jetzt erstmal die Viper und dann tun wir erstmal Team-Setup, wieder alle die Klappe halten, bitte. Und jetzt fickern wir mal den gegnerischen Heli. Rakete Nummer 1. Und Rakete Nummer 2. Ja, wenn die Raketen halt nachladen, holen wir den, ne? Boom. Und boom, und eliminiert. Und so geht das, Junge. Kann ich zwar nicht immer, aber... Man versucht es ja immer öfters. Unsere Flagge wurde erbeutet. Wie das denn, Junge? Achso, der war leer, Junge. Der war leer. Botten wir die ganze Gegend. Aha, da ist er ja. Nein! Ach, ist doch klar, Junge. Holen wir uns erstmal die Flagge hier. C4 kannst du aber eben ein anderen Mal ranmachen. Ja, die Flagge gehört uns und wir werden hier gejagt. Nein! Mann! Ich wollte doch nur den Quad haben! Wollte der Lappen da wirklich C4 ranplenden? L.A.B., holen wir uns denn mal. Und dann hauen wir mal diese Bobbys hier weg. Und sie klauen gerade unsere, wie ich das so sehe. Aber das werden wir nicht zulassen. Oh, haltest du denn hin, Junge. Ich hau hier erst mal ab, Junge. Nein! Scheiße! Fuck! Aber 4-1. Es rennt. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert. Aber das will man machen. Oh ja, und das Porn bei mir. Du bist doch die geilste Nuggetschnitte. Na klar doch. Erst mal schön mit der Igler. Oh Mann, warum bin ich nicht auswichtig, Junge? Das ist mal wieder so ne Runde. Feindliche Flagge wurde fallen gelassen. Wie geil. Der Feind hat unsere Flagge. Die Position ist auf eurem Raster markiert. Und jetzt hilft mir hier, die Flagge zu verteidigen. Junge. Wir wollen ja hier volles Rohr haben, ne? Nicht mit weniger, mit zwei Kugeln weniger. Das ist nämlich gar nicht gut. Junge, wie die mal hier mit Iglers und so rumcampen. Nein, das darf nicht wahr sein. Warum bin ich so ein Nuve-Melevy? Ja, weil ich noch keine Reaktivpanzerung drinne habe, Junge. Aber was soll's. Oh, da die Viper. Den können wir wieder richtig fett abnoben. Boah. Ja, es ist bestätigt. Wir haben die Flagge soeben erobert. Schaumschütze gerichtet. Unsere Aufklärung meldet, dass der Feind unsere Flagge hat. Bitte. Die Verpflichtung. Was? Ich hab doch nix gehört, Junge. Na klar. Jetzt verpasse ich den auch noch. Ich hab einen feindlichen Panzerwagen. Restlich deine aktuellen Position gesichtet. Nein, 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 nein. Ich rote auf so ne riesen Map. Junge, lern mal zocken. Dumm. Eins, zwei, drei. Ey, dumm bist du wirklich, Junge. Ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet. Feindlicher Panzerwagen gesichtet. Oh ja. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Wie du meinst. Okay, dann müssen wir halt mit C4 spielen. Der Feind hat uns in der Lage. Feindlicher Flaggenträger ist gefallen. Er hat sich mit den Falschen angelegt. Was? Juuuuh. Ich bin zu kotzen. Und keiner, kein einziger Drecksschwein wiederbelebt. Das darf nicht wahr sein. Und warum sind die zu dumm, um ne Flagge zu holen, ey. Ich will jetzt einfach nur rumnogeln. Alter, wenn ich das jetzt schaff, dann seid ihr einfach nur ein Noobs, Junge. Hätte auch schief gehen können. Junge, so macht man das. Ja, es ist bestätigt. Wir haben die Flagge soeben erobert. Hm. So, dumm, du bist dumm. Und ich werde jetzt T-backen, so. Oh ja, wir sind mit der Flagge unterwegs. Oh ja, die bringen die nächste Flagge. Mann, jetzt setzt den scheiß Wichstüge. Jetzt sind sie so. Flagge wurde fallen gelassen, weil die nichts drauf haben. Nichts. 200 Meter, Junge. Ob wir das noch schaffen? Der Feind hat seine Flagge zurückerubert. Beim nächsten Mal sollten wir besser aufpassen. Junge, trefft doch. Achtung, der Feind hat unsere Flagge. Unsere Flagge befindet sich nicht länger in feindlichem Besitz. Natürlich, ich werde gesniped. Wohlwahl dir. Mann. Hoffentlich ist die Viper jetzt wieder da, ey. Oh ja, die Viper ist wieder da. Dann holen wir uns doch wieder mal die Flagge. Und dann gewinnen wir die Runde, weil ich so geil bin. Feindliche Soldaten haben ihre Flagge sichergestellt. Na klar, Claymore. Jetzt renn, Junge. Renn, renn, renn. Flieg, 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 flieg. Komm, das schaffst du, Junge. Das schaffst du, Junge. Das schaffst du, Junge. Komm. Ich bin bei dir. Junge, eine sanftere Landung hätte es aber auch hingekriegt. Jo, jo, was für ein geiles Squad. Hunt, du bist der Beste. Naja, ich bin der Beste. Ich habe es ein bisschen besser geschafft, aber ist doch egal. Wir haben gewonnen und somit endet die Runde und ich bin glücklich und ja, bis zum nächsten Mal. Naja, noch kommen ja die Punkte, die wollt ihr ja auch bestimmt sehen. Ich habe zwar wahrscheinlich nur rumgenuppt, aber ist ja auch real. Heli und alles drum und dran. Pinne. Der Delta, 9 zu 9. Auf jeden Fall, Bester meines Teams. 12-1, wahrscheinlich hat er nur gecampt. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute.